Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal nur ein kleiner kurzer Bericht. Heute habe ich Rasen gemäht, dann ein wenig am Haus verputzt und ja, ich wollte euch mal fragen, kennt ihr so einen Tag, wo absolut überhaupt nichts funktioniert? Also nichts so funktioniert, wie man sich das vorstellt, wie man sich das geplant hat. Absolut alles eigentlich scheiße ist. Und genau so ein Tag war heute bei mir. Also ich habe den Rasen gemäht, dann wahrscheinlich ist der Vergaser dann verschmutzt gewesen. Der Rasenmäher hat seinen Dienst eingestellt bzw. ist einfach stehen geblieben. Habe ich dann mit dem Elektromäher weiter mähen müssen und ja, dann beim Haus habe ich verputzen wollen. Gleich die erste Mischung bzw. die Mischung, die ich auch rausgelassen habe mit der Mischmaschine ist dann, wie ich um die Kurve gefahren bin, einfach umgeflogen. Dann wäre ich fast mit der Leiter, von der Leiter abgestürzt. Also heute eigentlich ein scheiß Tag. Aber ja, ein bisschen im Garten herumgewerkelt. Gestern habe ich auch schon Rasen gemäht, heute weiter gemacht. Und jetzt gibt es einmal einen kleinen Rundumblick. So Leute, da hinten steht die Mischmaschine. Für heute habe ich das Ganze beendet. Und wie man sehen kann, hier Rasen gemäht. Und das war der letzte Teil, den ich gemäht habe, bevor der Rasenmäher ein Geist aufgegeben hat. Gehen wir mal weiter nach vor. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt und wollte ich eigentlich verputzen. Aber leider, es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Hier bin ich mit der ersten Mischung gleich einmal umgeflogen. Bin hier in diese Ringe hineingefahren und ist die ganze Mischung, beziehungsweise die Hälfte von der Mischung raus. Ja, habe dort jetzt angefangen zu verputzen. Dahint wäre ich fast von der Leiter runtergefallen. Dort ist mir dann der Verputz runtergefallen, weil darunter ist ja so ein Überlager, Betonüberlager. Und das zieht das Wasser aus dem Putz nicht heraus, sondern braucht länger, bis es trocknet. Und ja, ist dann runtergefallen. Also ein absoluter Horrortag. Irgendwie ist da überhaupt nichts weitergegangen, obwohl, ja, im Garten haben wir einiges geschafft. Wie man sehen kann, wenigstens der Rasen ist gemäht. So halbwegs schön. Und hier draußen, da, der Rest, das ist nicht mehr unseres. Und das da hinten, das wird sowieso vom Bauern gemäht. Ja, aber absoluter Horrortag. Gestern ist auch noch einer unserer Goldfische verstorben. Keine Ahnung warum. Also haben wir auch einen unserer beiden Goldfische beerdigen müssen. Das ist gestern am Abend passiert. Der andere hat überhaupt nichts. Na ja, jetzt jetzt ist er die ganze Zeit ganz unten. Und ja, ich denke mal, ist traurig, dass er allein ist. Jetzt überlegen wir uns, ob wir Montag, also morgen, nicht einen Goldfisch wieder dazu kaufen, damit der eine nicht allein ist. Und mal sehen. ein Wahnsinn. Es ist noch so viel Arbeit und irgendwie will überhaupt nichts weitergehen. Zurzeit die Projekte auf meinen YouTube-Kanälen muss ich Videos erstellen. Dann hier die Renovierung, dann die Arbeit noch. Alles zusammen ist etwas viel momentan. Aber das ist so eine Phase, die hat man sicher von Zeit zu Zeit na ja, wenigstens ein bisschen was gemacht. Draußen habe ich hier beim hier draußen habe ich auch den Rasen gemäht, wenn man das sehen kann, hier beim Zaun und darüber das hier draußen, das lassen wir sowieso, das vom Bauernmähen. Ich weiß nicht, ob der heuer noch einmal mähen kommt. Hoffe schon. Ja, das war's. Kurze Übersicht, kurze Info vom heutigen Horrortag und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ein paar Videos sind schon in Vorbereitung, sind schon ein paar interessante Themen, nur bin ich noch nicht dazugekommen, dass ich die Videos aufnehme. Das wird in den nächsten beiden Wochen auf jeden Fall Thema sein, Videos aufnehmen, hochladen und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr erfreuen und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.